Es ist wieder soweit. Die Flugtage Bautzen finden an diesem Wochenende statt. Zum 14. Mal wird Sachsens größte Flugshow ausgetragen. Drei Tage lang haben die Besucher seit Freitag die Möglichkeit, Flugzeuge und Hubschrauber aus nächster Nähe zu betrachten. So zum Beispiel die Antonov AN-2, die Boeing Sturman E-75 und die Boeing Sturman PT-17, Jagd 52 oder die Cessna 172. Ganz mutige unter den Besuchern können Einzel- oder Grupprundflüge buchen und sich das Spektakel von oben anschauen. Zwischen den Rundflügen finden Formationskunstflüge statt. Mit etwas Glück gibt es nach dem Flug eine Autogrammstunde mit dem Piloten. Neben den Flugzeugen gibt es auch weitere zahlreiche Attraktionen. Unter anderem besteht die Möglichkeit mit einem Panzer zu fahren. Es gibt einen Modellpanzerparcours, es wurde ein Artikel- und Trötelmarkt aufgebaut und eine Oldtimer-Ausstellung gibt es zu bestaunen.